Ich habe ein neues Auto. Eine wunderschöne Farbe. Sehen Sie? Altgrün. Mit wunderschönen Nicht-Ledersitzen und einem Sachsenschild, also voll retro. Ein Wartburg 35 3W. Genau, also, falls ihr mal Lust habt, könnt ihr dann mitfahren. Kannst du eigentlich Auto fahren? Nee, ich habe keinen Soberschein. Echt nicht? Bist du dann immer schwarz gefahren, als du deine Weltreise gemacht hast? Ja, bin ich. Mein Führerschein wurde doch geklaut. Dinge, die man nie machen sollte. Über eine Straße gehen, eine mit fünf Kreuzungen, genau über die Mitte. Kinder macht das nicht nach und Lotti auch nicht. Doch. Ach so, jetzt traust du dich nicht. Weil ein Auto kommt, traust du dich nicht mehr, oder wie? Nee. Aber jetzt komm, komm, geh ruhig, geh mal ruhig über die Straße. Komm, komm, komm. Hast du Angst vor Autos? Die Autos haben mehr Angst vor dir. Glaub mir, die wollen dich nicht überfahren. Der Fokus ist echt schlecht. Aber Lotti ist dafür. Schärfer und jetzt nicht mehr zu sehen. Jetzt hat es mich fokussiert. Ich hasse diese Kamera gar. Hörty, du stehst vor den Kirschblüten. Ich wollte doch jetzt unseren Zuschauern zeigen, dass da hinten doch Kirschblüten sind. Da müssen wir jetzt echt doch mal Kirschblüten fotografieren gehen. Jetzt bei dem schönen Sonnenschein, hm? Ja. Ja, also, da hinten, seht ihr, da ist es pink. Und da wollen wir hin. Wir sind wieder hier. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020